Wenn man Güter hört, dann denkt man meistens an so fette Containerberge. Aber was sind überhaupt Güter und was unterscheidet man für Güterarten, das klären wir in diesem Video. Ab geht's! Beginnen wir als erstes mal zu definieren, was überhaupt Güter sind. Güter, das ist ein materielles oder immaterielles Mittel zur Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen. Insofern mag es Nutzen zu stiften. Güter sind also irgendein Mittel zur Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen. Aber was denn zum Beispiel? Ein Auto, das ist ein Gut. Oder ein PC oder ein Smartphone oder ein Fahrrad. Ja, auch ein Flugzeug ist ein Gut. Eine Kamera natürlich oder Facebook, was auch immer es für menschliche Bedürfnisse befriedigt. Und natürlich auch Kopfhörer, all das sind materielle Güter oder immaterielle Güter. Und wir unterscheiden weiter zwischen knappen und freien Gütern. Und das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen knappen Gütern, also Wirtschaftsgütern, und freien Gütern, also Gütern, die jedem Menschen zur Verfügung stehen. Freie Güter kosten nichts. Sie sind zum Beispiel Sonne oder Luft und stehen fast unbegrenzt den Menschen zur Verfügung. Knappe Güter unterscheidet man weiter in Sachgüter, Dienstleistungen und Rechte. Sachgüter, das sind materielle Güter. Dienstleistungen, das sind Dienstleistungen, die irgendein Mensch erbringt. Zum Beispiel Banken, Versicherungen oder Ärzte. Und Rechte, darunter mag man sich vielleicht nichts vorstellen. Das sind Patente oder Marken. Also Dinge, die jemand angemeldet hat. Dinge, auf die jemand ein Recht hat. Sachgüter unterteilt man noch weiter in Produktionsgüter und Konsumgüter. Produktionsgüter, das sind Investitionsgüter. Und diese Güterformen kann man unterteilen in Verbrauchsgüter und Gebrauchsgüter. Verbrauchsgüter sind, wie der Name schon sagt, Dinge, die wir verbrauchen, wie zum Beispiel Benzin. Gebrauchsgüter sind zum Beispiel Maschinen, also Dinge, die immer wieder gebraucht werden. Und dann gibt es ja auch noch die Konsumgüter hier rechts. Und die unterteilen wir genauso wieder in Verbrauchsgüter und Gebrauchsgüter, allerdings in kleinerem, im Konsumstil. Das heißt, hier wäre ein Verbrauchsgut ebenfalls Benzin oder Lebensmittel und ein Gebrauchsgut wäre zum Beispiel unser privater Pkw oder unser Fernseher. Und so unterscheidet man die Sachgüter in Produktionsgüter und Konsumgüter und diese unterscheidet man weiter in Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Schauen wir uns noch ein paar weitere Güterarten im Überblick an. Und beginnen wir zunächst mit den staatlichen und privaten Gütern. Staatliche bzw. öffentliche Güter stehen den Haushalten und den Unternehmen konkurrenzlos zur Verfügung. Das heißt, alle Menschen müssen für staatliche Güter zahlen, egal ob sie sie nutzen oder nicht, nämlich in Form von Steuern oder Gebühren. Typische Beispiele sind hier zum Beispiel die Müllabfuhr oder Fernseh- und Rundfunksendungen oder Polizei und Feuerwehr. Egal ob du die Polizei nutzt oder nicht, du zahlst für sie. Das ist also ein staatliches bzw. öffentliches Gut bzw. Dienstleistung. Dann gibt es natürlich auch die privaten Güter bzw. Dienstleistungen. Und das bedeutet, dass private Güter durch wenige Wirtschaftsobjekte geh- oder verbraucht werden. Wie zum Beispiel private Haushalte oder Unternehmen. Das heißt, es existieren organisierte Märkte wie zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung, Auto oder Computer. Dann unterscheidet man zwischen Substitutions- und Komplementärgüter. Substitutionsgüter, das sind Güter, die sich ganz oder teilweise austauschen lassen. Zum Beispiel, wenn Butter zu teuer wird, steigt man auf Margarine um. Oder wenn Kaffee zu teuer wird, steigt man auf Tee um. Also es sind Güter, die sich ganz oder teilweise ersetzen bzw. austauschen lassen, während die Komplementärgüter nur in Verbindung mit einem anderen Gut nutzbar sind. Beispiel. Eine DVD lässt sich nur mit einem Abspielgerät nutzen. Das heißt, hier ist DVD und Abspielgerät ein Komplementärgut. Weiter unterscheidet man zwischen materiellen und immateriellen Gütern. Materielle Güter sind stofflicher Natur. Das heißt, die zu ihrer Herstellung getätigten Aufwendungen sind mess- bzw. zählbar und damit volks- bzw. betriebswirtschaftlich bewertbar. Das heißt, Herstellungskosten bzw. Preis spielen bei den materiellen Gütern eine wichtige Rolle. Materielle Güter sind also Investitionsgüter wie zum Beispiel Gebäude, Maschinen oder Anlagen oder sie sind Konsumgüter wie Lebensmittel, Kleidung, technische Konsumgüter. Also im Prinzip alles, was wir anfassen können. So einfach ist das. Und immaterielle Güter, die weisen keine stoffliche Substanz auf. Das heißt, wir können sie nicht anfassen wie zum Beispiel Rechte, Patente, Lizenzen, Software. Dann gibt es auch die reproduzierbaren und nicht reproduzierbaren Güter. Reproduzierbare Güter, diese können immer wieder hergestellt werden. Zum Beispiel Lebensmittel, Bücher, Computer, Autos und so weiter. Nicht reproduzierbare Güter sind allerdings Originale, wie es sie nur einmal gibt. Zum Beispiel ein Gemälde von Picasso. Und dann unterscheiden wir noch zwischen digitalen und non-digitalen Gütern. Und da sagt der Name schon, was sie sind. Digitale Güter existieren nur in digitalisierter Form. Sie haben also keine gegenständlichen und physischen Anteile. Zum Beispiel ein Softwareprodukt. Und non-digital, klar, das sind die Gruppen der semi-digitalen, der semi-physischen und der rein-physischen Güter. So einfach ist das Thema. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Hier links gelangt ihr zur gesamten Playlist mit allen wichtigen Grundbegriffen zur Wirtschaft. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Kanäle abonniert. Und gerne bis zum nächsten Video. Alles Gute und ciao.